Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Civilization Beyond Earth. Diesmal habe ich es dann mal wieder richtig gesagt. So, nächste Runde. Die Expedition ist abgeschlossen und Krabrost ist gewachsen. Wir erhalten wieder 80 Produktionen, das ist ziemlich praktisch. Und wir haben, glaube ich, gerade den Laserzaun gebaut, richtig? Ich meine, das war das letzte, was wir gebaut haben. Thorium Reaktor sogar. Thorium Reaktor und das ist Titan. Gut, wir bauen dann mal Pharma Labor. Brauchen wir nicht, wir sind gerade relativ gesund. Das Labor brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt gerade. Ich würde den Recycler tatsächlich bauen, weil ich finde, wir haben ein bisschen zu wenig Produktion aktuell. Da können wir ein bisschen was drehen, weil wir bauen für den schon sechs Runden. Eine Questentscheidung, Asyl oder Siedlung. Finde ich übrigens sehr cool, diese Questentscheidung, dass man da immer so ein bisschen mal was wählen kann. Macht das Spiel nicht ganz so starr, beziehungsweise bringt so ein paar nette Gimmicks ein, so ein paar nette Entscheidungen. Mit einer kleinen Geschichte immer. Also haben sie sich gut einfallen lassen. An Bord des Raumschiffs... Ist das richtig? Naja, egal. An Bord des Raumschiffs gab es Überlebende. Früher waren sie menschlich, doch jetzt sind sie etwas anderes. Wir nennen sie die Augmentierten. Oder die Augmentierten. Kennt ihr vielleicht? Erinnert euch an... Deus Ex. Human Revolution. Augments. Augmentierung. Wie wir siedelten sie auf einem neuen Planeten an. Doch während unsere Welt Leben ermöglicht, war ihre Welt hart und brutal. Sie versuchten sich anzupassen, indem sie Technologien in ihr Fleisch integrierten. Doch am Ende machte es auch Technologie nicht möglich, in ihrer neuen Heimat zu gedeihen. Die Augmentierten wünschen, auf unserer Welt zu leben. Sollen wir ihnen Zuflucht in unseren Städten geben? Oder sollen wir sie auf dieser neuen Welt für sich selbst kämpfen lassen? Aha, in Zuflucht... Ah! Reinheit und Vorherrschaft. Oder Harmonie. Ähm, das sind diese Astralpunkte, oder wie die hießen? Wir nehmen mal in Zufluchtgebieten, weil ich bin jetzt nicht so hart. Wie hieß das? Das waren Affinitätspunkte. Ähm, Affinitätspunkte waren für die Quests relevant, richtig? Ähm, da wollte ich nochmal nachgucken, aber das wollte ich nochmal rausfinden. Die Affinitätspunkte sagen mir nämlich so an sich erstmal wenig. Können sie einen Außenposten. Ähm, wo finde ich die Affinitätspunkte? Ah, hier oben. Sorry, das habe ich bisher noch nicht gesehen, weil hier direkt meine Anzeige drüber ist. Äh, also meine Aufnahmeanzeige. Okay, Reinheit Stufe 0, Reinheit, Vorherrschaft, Vorherrschaft, Reinheit und Harmonie gibt es. Äh, Stufe 1, Elden-Aggressionsstufe gedoppelt so schnell zurück. Eldens greifen keine Geländefelder mit Akundeeinheiten an. Akundeeinheiten können zusätzliche Expeditionen bauen. Ähm, ja, wüsste ich gar nicht, worauf ich mich jetzt spezialisieren wollte, sollte, könnte, hätte, ne? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Richtung ihr empfehlen würdet oder wo ihr eher gehen würdet. Harmonie, könnt ihr euch ja gerade auch mal durchlesen. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, wäre ein bisschen zu viel Text für den Moment. Ähm, wir machen das immer peu a peu, wenn wir eine Stufe erreichen, selbstverständlich, dann stelle ich ja die, ähm, Punkte dann auch vor, die wir bekommen. Wir machen mal weiter, eine Einheit erwartet Befehle, du darfst dann wieder erkunden. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wir gehen mal in die nächste Runde und nochmal in die nächste Runde. Und nochmal in die nächste Runde. Na, nächste Runde. Und nochmal in die nächste Runde. Der hat jetzt wahrscheinlich wieder eine Erkundungs, äh, Ding, abgeholt fort, Barca. Bringt uns Energie und Produktion. Ich würde ja ganz gerne einen Handelszweig hier, ähm, erstellen, aber es ist... Lehrt eure Kinder nicht von Spielzeugen oder Bonbons zu träumen. Lehrt sie von Infrastruktur zu träumen. Vadim Kosloff, Axioma der Protokolle des Zentraldirektorats. Äh, ich würde ja ganz gerne einen Handelsweg mit der Kirche der Morgendämmerung schließen, aber bisher ist das irgendwie noch nicht so ganz, ähm, möglich. Es kann durchaus sein, dass man wie bei Civilization 5 erstmal so eine Handelseinheit braucht, die da überhaupt langläuft. Physik habe ich noch gar nicht erforscht. Na, dann mal ab, 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 dann... Bäh, Gott. Dann aber mal ab auf Physik. Alienbiologie wäre auch interessant. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal Physik und dann gehen wir Richtung Alienbiologie. Äh, ja, vielleicht ganz nützlich. Gut, dann machen wir mal weiter. Alienbiologie würde nämlich uns, ähm, die Möglichkeit geben, das Miasma zu entfernen. So, was haben wir hier eigentlich alles? Oh, Obst. Oh, Titan, Titan, Titan. Hier ist immer noch Miasma. Kannst du mal langsam das Miasma schneller wegmachen, Kollege? Ähm, wie sieht es denn aus mit Gelände kaufen? Ah, nicht so wirklich, weil wir haben zu wenig Gold, zu wenig Geld. Nächste Runde. Da ist der Recycler auch fertig. Sehr schön. Thorium-Reaktor bringt uns Energie. Was brauche ich? Wofür brauche ich jetzt eigentlich gerade Energie? Kann mir das mal jemand erklären? Ah. Ah, das ist kein Geld. Das ist kein, das ist, das sind keine Credits oder so. Das ist Energie. Okay, ja gut, ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, das ist durchaus möglich. Oder nützlich, das ist durchaus nützlich. In zwei Händler Spezialistenplätze. Ja, wir nehmen, wir nehmen den Thorium-Reaktor. Dann scheint... Ähm, ja, können wir mal. Dann scheint das zusammenzuhängen mit den Händlern auch. In die Energie. Reliquien der alten... Achso, eine neue Quest-Entscheidung. Unsere Reliquie hat eine ideologische Spaltung bei unseren Bürgern verursacht. Manche glauben, die Reliquie der alten Erde sei hilfreich, um Trost der Trauer, aber die Menschen wegen des Verlustes der Heimatwelt verspüren zu spenden. Äh, sie möchten sie an einen ehrerbietigen Ort als Schrein belassen. Meine Güte, ey. Wie ist das geschrieben? Andere glauben, sie ist ein kostbares Behälten des rationellen Wissens, das studiert und öffentlich ausgestellt werden muss, wenn die Menschheit ihre neue Heimat offen... äh, neue Heimat annehmen will. Äh, unberührt lassen oder der freien Öffentlichkeit zugänglich machen. Äh, alle Reliquien freier Unterhalt. Ich würde es öffentlich zugänglich machen. So. Ein Kultur durch Reliquien. Schon ganz nützlich. Nächste Runde. Mhm. Ja, bin ich auch froh. Yay, wir können schon wieder einen Wert entwickeln und wir nehmen den... Kolonisten. Sehr schön. Danke. Alter. Was ist denn das für ein Ding? Äh, Schwebstein, Xenomasse, warte mal. Irgendwie könnten wir doch die... Wie kann ich denn... Wie kann ich denn hier die, ähm, Dingsig ansehen? Kutalansicht? Nee. Irgendwie kann man sich doch die... Äh, die Geländewerte anzeigen lassen. Ich habe aber keinen Plan mehr, wie. Also, wie das hier jetzt geht, weiß ich nicht. Da oben ist empfohlen. Ja gut, weil wir da Basalt haben, ne? Und da sind auch gleich Pilze und so weiter. Finde ich prinzipiell auch gar nicht mehr so schlecht. Da ist Resilin, dann machen wir, dann gehen wir mal da in die Richtung. Ähm, da unten wäre natürlich auch nett. Hier können wir vergessen, da haben wir viel zu viel Miasma. Da würden wir komplett da umkommen. Quest-Entscheidung. Schon wieder eine. Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen, müssen wir auf unser neues Ökosystem achten. Zum Glück haben wir aus unseren Fehlern in der Vergangenheit gelernt und bereits ein konsequentes Recycling-System installiert. Die Vorzeuge des Recyclinges kennen wir bereits, aber was ist mit den Recycling-Produkten? Güter mit niedriger Qualität können schneller produziert werden und da reichen wir Menschen. Auf der anderen Seite sind qualitativ hochwertige Güter robuster und können für anspruchsvollere Zwecke wie die Nahrungsproduktion eingesetzt werden. Was hat auf langere Sicht den größten Nutzen? Äh, ne, ich würde hier, ja, mit hoher Qualität benutzen. Die Nahrung durch den Recycler finde ich schon ganz nützlich. Das ist auf jeden Fall langfristig eine gute Variante. Da haben wir Knollengemüse, da haben wir aber auch Miasma. Aber wir haben hier Wüste. Wüste haben wir ja gelernt, aber hier oben haben wir auch ein bisschen Wüste. Und Geothermie. Ne, wir machen das da oben. Weil wir auch Geothermie hätten. Können wir erstmal da oben, im Norden. Ich würde ganz gerne wissen, wie ich mir das anzeigen lassen kann. Quests und Säge, Einheiten verbessern, nein, nein, nein. Ah, Orbitalansicht. Ne, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich nicht. Das war ja total clever. Ah. Ah. Ja, jetzt haben wir es doch. So wollte ich das doch haben. Das ist aber ein bisschen blöd. Das hatten wir damals doch einfach per Knopfdruck. Bei Civilization 5, dass du auf den Knopf gedrückt hast und dann die Kammer hochgefahren hast und man dann so einen schönen Überblick hatte. Ich will das ja nicht die ganze Zeit anhaben hier. Also. Ah, da steht dann auch nämlich immer schön bei, was es uns bringt. Ähm, Geothermie bringt uns eben Energie. Pilze bringen uns Nahrung. Oh, wir haben hier sogar zweimal Geothermie. Das haben wir hier unten natürlich nicht, ne? Da haben wir da hinten einmal. Und das ist absolut nicht in Reichweite. Äh, ne. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich hier oben unser... Schlangen unseren ersten Außenposten auf. Da haben wir auch Korallen. Wir haben da Resslin, Titan. Haben wir vielleicht einen... Gibt es hier noch Luxusressourcen? Oder sowas in der Richtung? So seltenere Ressourcen? Neun Schwebstein, Knollengemüse. Wolfskäfer. Fremdartige Wolfskäfer. Oh Gott, verpisst euch da bloß. Algen, Titan. Also ich glaube... Raser. Zumindest aktuell sehe ich noch nicht irgendwie... was in der Richtung wie Luxusressourcen. Wobei sich manche Ressourcen ja eben erst freischalten, wenn man die dementsprechende... Ähm... dementsprechende Forschung hat, ne? Also da lassen wir uns nochmal überraschen. Aktuell kann ich das nicht sagen. Mach... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch weitergeredet habe. Äh... Ich bin gerade versehentlich aus dem Bild geklickt und... dann war es minimiert. Ähm... Ich hoffe, das sah jetzt nicht so komisch aus. Abgestützter Satellit entdeckt. Ah, das ist natürlich praktisch, ne? Das ist natürlich praktisch, wenn wir damit immer Kunde hinlatschen. Da würde ich dann ganz gerne mal hin. So, nächste Runde. Nächste Runde. Zwei Runden... Noch. Daoming Suchua. Moral der Wissenschaft, Band 1. Physik ist fertig. Hervorragend. Und wir haben eine Station entdeckt. Fernbasis 1. Hatten wir doch schon mal. Äh... Jetzt wollte ich eigentlich die Alien-Biologie erforschen. Aber guck mal, Pionierarbeit wäre auch interessant. Für Handelsschiffe. Wir machen jetzt mal die Pionierarbeit. Ähm... Einmal, um Handelskonvoi und Handelsschiffe zu haben. Dass wir da die... Äh... Den Handel dann mal aufnehmen können. Und... Also wenn wir das hier unten... Ja, Pionierarbeit wollte ich, Mensch. Ähm... Und wir haben dann gleich... Im gleichen Zuge noch Kolonisten zur Verfügung. Die wir dann... Ausbilden können. Also... Das ist auf jeden Fall schon mal... Zwei wichtige... Klappen mit... Einem... Streich. Hallo, ich wollte mich da ansiedeln. Warum ist denn jetzt auf einmal hier in der Fernbasis 1? Äh... Alter, das ist jetzt dann natürlich nicht so funny, ne? Äh... Mensch. Dann gehen wir doch hier nach unten. Dann gehen wir doch da nach unten. Ähm... Mann, genau da wollte ich meinen Schlager aufschlagen. Gerade war das doch noch nicht da. Oh, diese Scheiß-Basen. Da hinten macht das wenig Sinn. Oh, schade. Die schöne Geothermie. Die wir da hatten. Geothermie haben wir nämlich überhaupt noch gar nicht. Da haben wir auch Erdöl. Wir könnten natürlich auch hier irgendwo unser Lager aufschlagen. Da haben wir auch Kieselerde. Vielleicht macht das Sinn. Also ich würde jetzt nicht unbedingt hier unten was hinpacken. Nur weil es am Wasser ist, empfiehlt er das wahrscheinlich. Das macht er ja... Ist ja typisch. Äh... Ertragssymbole. Hier haben wir eigentlich auch nicht so einen schlechten Ertrag. Ah, hier haben wir natürlich... Oh, das ist natürlich ein schönes Feld hier, ne? Ah, egal. Schicken wir da später nochmal einen runter. Ja, das können wir machen. Finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht. Pharma-Labor, Labor, Labor, Startzentrum. Ob die Teilüberwachung rund um dieses... Diese Stadt um drei erhöht. Reparaturanlage, Pharma-Labor. Was sind... Oh, wir müssten tatsächlich mal an der Gesundheit arbeiten. Was machen wir mal? So. Jetzt ist die Frage, ne? Da oben wäre auch noch eine Möglichkeit. Bleiben wir dann auch am Wasser. Bin gerade hart am Überlegen, ne? Wir brauchen natürlich auch irgendwo ein bisschen... Ähm... Ein bisschen Produktion. Schwebesteine... Modellinatokwelle... Äh... Ach, komm. Komm, 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 komm. Drei Geländefelder. Ach so. Ja, okay. Ich fahre mal da nach oben. Mal gucken, was wir da noch haben. So weiter. Ah, nee, da sind diese scheiß Ameisen, ne? Nicht, dass die hier irgendeinen Beef machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, wir machen mal... Wir gründen mal unsere Stadt hier. Ich glaube nämlich, die Basen, die haben hier gar nicht mehr so wie die Dörfer, sondern einen großen Radius, der relevant für uns ist. Und, ähm... Zumindest sieht das mir erstmal danach aus. Aber ich würde sagen, an der Stelle beende ich mal den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir dann einen Daumen da. Und, ja, bis dann. Eier Rio. Tschüss. Tschüss. Tschüss.